Der Deutsche Bundesrat stimmt am Freitag einem beschlossenen Gesetzespaket zur Einführung der Pkw-Maut zu. Damit kann der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU die nächsten Schritte für die bisher gestoppte Maut-Einführung eingehen. Starten soll die eigentliche Mauterhebung erst 2019. Verkehrsminister Jörg Leitfried von der SPÖ fordert im Vorfeld, den Bundesrat in Berlin auf, das Projekt zu stoppen und die diskriminierende Ausländermaut zu Fall zu bringen. Eigentlich ist dieses Vorhaben schon seit 2015 beschlossene Sache. Da Brüssel aber ein Verfahren wegen der Verletzung des EU-Rechtes gegen Deutschland eröffnet, liegt das Gesetz die letzten Monate auf Eis. Deutschland wird die Benachteiligung von Fahrern aus dem Ausland vorgeworfen. Denn nur Inländer werden für die Mautzahlung über eine geringere Kfz-Steuer vollständig entlastet. Verkehrsminister Dobrindt einigt sich aber mit der EU-Kommission auf Änderungen im Modell. Diese Verbesserungen sind jetzt beschlossene Sache. Konkret werden die Preise der Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker unterschieden. Inländer mit abgasarmen EU-Sechs-Autos werden als Ausgleich für Mautzahlungen um 100 Millionen Euro zusätzlich bei der Kfz-Steuer entlastet. Am angestrittenen Ertrag von jährlich 500 Millionen Euro und der Vereinbarkeit mit dem EU-Recht gibt es aber weiterhin Zweifel. Verkehrsminister Leitfried überlegt nun eine Klage gegen die Maut beim Europäischen Gerichtshof einzubringen.